Also ich muss immer sagen, ich habe ja schon viel in meinem Leben gesehen, aber da kann ich noch nie sehen. Wirklich noch nie. Haben mehr. Es ist so ein Gewitter, wie haben wir die geworfen. Unwitter für 20. Nur weil mein Schatz gesucht sich und die ersten ganzen Bäume sind weg. Wow! Der war aber heftig. Ich stand auf der Straße, ein Ast? Welch ein Ast? Das waren Äste schon. Hoffentlich werde ich keiner ab, wenn ich hier fahre. Ach, Vögelchen unterwegs. Ach, Vögelchen, arme Vieh. Ach, Vögelchen. Ach, Vögelchen unterwegs. Ach, Vögelchen. Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Der Funk überall. Boah, der ist n Ernst. Eins im Bäume, alle weg. Die ersten Bäume. Oh boy, der ist n Biss angeschlagen. Das sieht man nicht. Schade. Ach Gott. Wahnsinn. Wahnsinn. Scheiße. Hotel. Das kann sich kein Mensch vorstellen wie das. Ich fahre nur über Öster. Ohi, 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 ohi. Jetzt aber schnell weg. Nicht gleich. Oh je. Oh Mann, da lang. Scheiße. Einfach rüber, der ist da rüber. Ah, das hat sich böse angehört. Über mein Auto. Oh mein Gott, ey. Der war aber heftig. Mein Schatz sorgt sich schon. Ich muss nach Hause. Das ist heavy. Aua. Könnt ihr sehen? Das heißt, hier liegt jetzt jede Menge auf der Straße. Immer mal spannend. Oh ja, ach, du ahnst es ja nicht. Meine Fresse, nee. Das tut ja gar nicht mehr auf. Das tut ja gar nicht mehr auf. Ich war echt schiff. Das tut ja gar nicht mehr auf. Ich war echt schiff. Oh weia! Ach du Scheiße! Stromleitungen sind gekommen! Haha! Oh wei! Oh wei, oh wei! Alle Stromleitungen sind gekommen! Ich glaube, die hier nicht stehen! Ciao! Oh, jetzt sind hier keine Leute erschlagen worden! Ich stehe gerade an einem Supergehirn! Toll danke, da war ein Ast auf dein Auto! Die sind jetzt kaputt! Riesenäste! So, ich komm nicht nach Hause! Scheiße! Und mein Schatz wundert sich wohlkleber! Alle umdrehen! Da ist nichts kaputt! Jetzt kommt was! Da ist ein Baum umgekippt! Und dahinter auch noch mal einer! Also hier ist kein Durchkommen! Juhu, willkommen in deiner Butzheim! Keine Ahnung, ich brauche noch Butzheim! Ich habe auch keine Ahnung! Scheiße! Okay! Deine Ahnung. Ich frage alle guyen aus dem Luft conferences!